Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Bet Dragon Ball Reconplast 1. Wir machen weiter, äh wir campen jetzt Ginyu gegen Son Goku. Ähm, gleich vorweg, falls die Einstellungen nicht so passend sind, hat es damit zu tun, dass ich hier zum ersten Mal mit meiner Elgato aufnehme. Das ist auch der Grund, weshalb es keine Videos kamen. Außer Dark Souls, weil ich die vorbereitet habe. Weil, ja, weil einfach mein Aufnahmegerät kaputt gegangen ist. Es sieht aus, dass es ein interessantes Kampf wird. Ich habe nie gedacht, dass ich die Chance bekomme, dass ich jemandem meine echte Kraft zeigen werde. Alles klar, ich bin bereit. Ich wünsche, dass du nie geboren bist. Okay, dann fangen wir an. Ich denke mal, ich tue mich gar nicht so schlecht. Ich habe jetzt zwar schon so eine Reine mit dem Gezappt Dragon Ball Reconplast, aber ich glaube, dass du so sehr sterben bist. Dürfte das dazu. Ah, okay. Oh, okay. klappt doch gar nicht so schlecht ich kann keinen körpertausch machen blöd jetzt kommt er ging mir so gewöhnlich bedürftig einen nervtöten eigentlich gleichzeitig jetzt ziehe ich mir ab anscheinend du hast mir noch nicht deine volle Kraft gezeigt ich bin froh, dass ich eine gute Kampf zu haben habe also zeig mir was du hast tja leider wusste ich, dass er ja dann gleich jetzt keine Joke macht und das ist eigentlich jetzt perfekt blocken äh was ist blocken und verhindern hey, passt doch mal auf ich bin Tenkaichi mehr gewohnt als das daher ich denke mal jetzt habe ich es geschafft jetzt ist es ein jetzt ist es ein jetzt ist es ein Ihr Körper ist meine zu kontrollieren! Was? Was ist passiert? Wie ist das passiert? Ich habe gesagt, dass ich mit deinem Körper verletze! Das Körper ist noch stärker! Ginyo hat Zuckungen! Das ist Tweek! 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 Ich werde jetzt auch diesen Part nicht allzu lang halten. Einfach aus dem Grund, weil ich ja die Elgato teste im Prinzip. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich diesmal nicht so, wie ich es im letzten Part eigentlich gedacht habe, ich mache mehrere Kämpfe, sondern ich werde wahrscheinlich jetzt nur den und den Kampf noch machen. Ah, vielleicht muss ich den nächsten. Dann verkämpfen wir jetzt mit Vegeta gegen Chihis. Darauf fahre ich mich jetzt ein bisschen. Ah, ich glaube ich mache auch noch den nächsten Kampf. Sonst ist es echt zu kurz. Also ich will mindestens schon 15 Minuten haben. Und dann mindestens über 12. Aber ich will es auch nicht übertreiben. Ähm, wie gesagt, ich will es jetzt erstmal testen. Hey, ich bin derjenige, den du kämpfst! Vegeta! Wie bist du denn hier? Du bist zu schädigend auf Scoutern! Gott, ich bin schuldig! Du wirst mich nie aufhören, Vegeta! Ha, ha, ha! Sag was du willst, aber du bist schade, nicht wahr? Schade von meinem neuem erhöhten Kraft! Nein, das bleibt weiter! Nein, das bleibt weiter! Ich will dich nicht wegwerfen! Ah, ich will dich nicht wegwerfen! Ich will dich nicht wegwerfen! Wir haben das. Ich will dich nicht wegwerfen! Ah, ich will dich wegwerfen! Der ist nicht so schnell. Oh, das ist so schnell. Geh! Ich kann sie durch. 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 Ich bin als vorher ein Saiyaner. Und ich kann sie nur noch stärker. In other words, ich bin immer wieder näher. Ich bin ein Super Saiyaner. Nicht verletzen meine Zeit mit deinen Faerie-Talen. Kakarot ist zu viel Zeit, um seine Gefühle zu erreichen. Aber ich bin anders. Ah, da fällt mir gerade ein. Ich sollte die ultime machen. Ich würde den vorgegeben. Schnell. Enjoy other world drink. Allow me to show you my true strength. Ah, ja. Wobei es kann sein, dass ich ihn damit tue. Okay. Doch geschossen. Du, du musst nicht. Ha, ha, ha. Du bist zu weich, Kakarot. Zu sympathisch. Du wirst nie ein Super Saiyaner werden. Ich bin der einzige Saiyaner, der auf dieses Level zu erreichen kann. True story, bro. Ich habe ein bisschen Angst, dass man uns doppelt hört. Aber ich kann es einfach nicht testen. Das ist das Furchtbare. Der Elgato ist halt ganz neu für mich. Habe ich ja da auf die Haupthauke so dermaßen jetzt gewöhnt. Da kommt das halt einfach komisch rüber. Nachher muss ich auch noch einen PS4 Aufnahmetest machen. Da muss ich auch irgendwas aufnehmen. Aber was habe ich noch mal für Spiele? Ein Spiel, was eh keine Sauer anguckt. Nachher vielleicht der Order. Oder The Witcher, das guckt ja auch keiner mehr an. Ich bin Captain Ginyu. Head of the Ginyu Force. Time to see if you have what it takes to beat me. Y-What are you talking about? Cut it out, Goku. Trillin, come on. Listen to me. Is it me? He stole my body. What? So it's true? He's actually Captain Ginyu. Fight him. Don't hold back. If you give him everything you got, he won't be able to beat you. Got you. Just drag to a desk. Hat er abgeblockt die Drecksau. I didn't think it would go like this. Here it goes. Ah, it's gone. No, he's being pushed back. Jetzt aber. Desk. Do. Desk. Ja, es war klar, dass der jetzt einen Wechsel macht. Ich habe ihn schon zu viel abgezogen. Jetzt kommt der Kleine. Jetzt kommt der Kleine. Hm, das wird eh nicht. Ich mache es diesmal ein bisschen leichter. Ihr merkt schon, ich spamme jetzt ein bisschen die Ultis. Dann geht das nämlich schneller voran. Ha, dann höre ich schneller. Weil mit Vegeta muss ich ihn erst zerstören. Alles andere macht keinen Sinn. Alles andere macht keinen Sinn. Das hat er eh gleich wieder mehr Leben. Ich wett drauf. Schaut mal, jetzt hat er zwei Punkte noch. Idiots. Ja, okay, er hat immer noch zwei Punkte, aber dafür wurde der eine wieder aufgeladen. Ich werde nicht, dass du wegst. Okay. Wenn das alles du hast, dann bin ich sehr verabschiedet. Ja, du Pissen-Ecke. Ja, das weiß ich doch gar nicht. Ja? Ja? Gut. Wollte ich nicht mehr. Jetzt fahr zur Hölle, Alter. Außer, Alter. Du hast es hier. Ich habe dich gelesen. Du wirst es so machen? Darnit! Das- 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 Und jetzt muss ich ernsthaft nochmal gegen Ginyo kämpfen. Gegen der Normalen. Ich schätze jetzt nicht der näher ernst, oder? Weil im Prinzip kommt nur nochmal Körpertausch und er schmeißt den Frosch dann rein. Und das war's. Hm. Ja, seriously, echt. Kommt den Kampf machen wir noch weiter, danach geht's endlich mit Risa los. Aber ich find's schwer behindert. Ich find's echt schwer, dass es jetzt da ist. Ginyo, whose body are you going into now? Darn it, I'll switch bodies with Vegeta this time. Your body is mine! Okay. Okay, hier drin sich noch komischer als sonst, find ich. Oh, no, you can't keep this up. Enjoy Underworld, freak. What do you do? You fast! Was ist das? Du spachst. I'm not going to die! Yes. Vegeta's body will be just right. He's going to switch bodies with Vegeta after he does damage to himself. Just like he did with me. Okay. Wo sind Sie? Ich bin der Fall. Ich kann dich sehen. Was? Ich kann dich sehen. Ich kann dich sehen. Ich kann dich sehen. Es ist vorbei. Ich bin der Fall. Genug geht mir weiter. Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Cool. Sieht es eigentlich nicht nur in der Realität? Ich bin der Fall. Das war's. Ich bin der Fall von der Falle. Aber jetzt komm. Ich will doch nicht kurz gehen. Ich bin der Fall. Geil. Ha, dein Auslöser Leben ist ziemlich schmerz. Ich fühle mich almost sorry für dich. So, Leute, das war jetzt der Part-Mark fürs Erste. Und jo. Dann schaue ich es mir mal an, wie es jetzt geworden ist und ihr könnt auch mal schreiben, so wie jetzt die Elgato so vom Aufnehmen besser ist, was sich ändern sollte auf jeden Fall. Und dann machen wir beim nächsten Mal endlich gegen Freak weiter. Ciao.